... seit Milch und Kattbachern, Hänse nach Essen oder Marder sein, ... ... oder Hänse nach Essen oder Marder sein, ... ... oder Hänse nach Essen oder Marder sein, ... ... oder Hänse nach Essen oder Marder sein, ... ... aber alle Schweine und Schwingen halten, ... ... wie morgen ist Luftgegräfer herab, ... ... um Wasser zu holen, ... ... um Feuer anzuschließen, ... ... Heike, sehr voll gebacken, ... ... habt den Backofen von eingeheizt ... ... und den Preis zu fliehen, ... ... und den Zug auf Recht ein, ... ... damit wir das Rohr hineinziehen können. Warte, ich sage euch, ... ... wie kann ich da hinein? ... und so gegangen. Was nun, große Luft? Das siehst du wohl? Ich könnte selbst hinein. Mit diesen Konten, ... ... schloss die Hexe sich in den Backofen, ... ... und steckte den Kopf hinein. Da gab ihr Gräser einen Stoß, ... ... dass sie weit hineinführte, ... ... machte die eiserne Tür zu, ... ... und schockt den Rieben vor. Komm, Lea! Kommt von vorne, ... ... und schockt den Rieben vor. Ja, ich schenke den Rieb. Untertitelung des ZDF, 2020